Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage Wenn euch das Video gefällt dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fire Emblem Engage Wir machen genau da weiter wo wir letztes Mal aufgehört haben Hier hat so ein Krieg angefangen Hier sind unbekannte Soldaten Hat irgendwer von denen einen speziellen Namen Weil das sind meistens Leute die man für sich rekrutieren kann Oder halt Boss Das kenne ich noch als Alten Ich gucke mir deswegen immer erst die Soldaten an Bevor ich sie abschlachte Rechts sind viele Berittner Kann ich? Ja ich kann Bündnis machen Recht auf Ramtier gehen Dann habe ich nämlich gegen die da recht gute Chancen Ah das macht die Bündnisleiste höher Ja aber da sind halt berittene Gegner neben mir Gegen die will ich mich eher gerade wehren Ich würde sagen der ist finito Level up Also beim Bündnis Oh Ich war echt besser aus Das ist sehr schön Lanze Schwert Ja die können um dir rum Machen wir mal Protektion Warten wir erstmal an der Stelle hier Von der anderen Seite kommen die nämlich nicht ran Da könnt ihr ruhig angreifen Natürlich haben sie ja diesen Bruch Mit der Lanze Aber wenn ich angreife habe ich halt einen Vorteil Sind das Verbündete? Ich hoffe mal Ich habe höre jetzt Ich habe eine kone Ich bin jemanden Ich bin jemanden Ich bin jemanden Wir haben einen Ich bin jemanden Ich bin jemanden Drei Freunde, die uns helfen. Ja, wegen der Wübengut. Gern geschehen. Du sieg auch gern. Ich klicke eine gute Idee. Danke. Danke für eure Hilfe. Es ist eine Ehre, dich zu finden, Divine One. Ich bin Etienne. Grüß dich, Etienne. Du bist gegen Geflügelte. Sehr, sehr gut. Das weiß ich noch von alten Feierblames. Wenn du mir irgendwas flügeln hättest, nimm jemand mit dem Bogen, dann sind sie eben nur unten. Ja, will ich hin. Und da will ich angreifen. Ich glaube, der ist die Klippe runtergefallen. So, du hast das Schwert, dich gleich mit der Lanze an. Das war ein sehr schöner Schlag. Und da kann ich direkt die Axt in der Herr werfen. Mir gefällt dein Stimme. Mir gefällt dein Stimme. Die ist sehr beruhigend. Okay. Steht auch bei. Okay. Okay. Ne. Nur er kann, so gesehen, helfen. Ich bin bereit für mehr. Ich bin bereit für mehr. Ja. Zack. Mach den mal weg. Lass mich helfen. Das war also der Koop-Schlag. Okay. Ach. 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 Ich glaube, ich selber mach dir mehr Schaden. Ich würde es zumindest umbringen. Ich werde ja danach eh gehalt. Ja. Ich werde danach eh gehalt. so dann halb ich mal noch ein stab jede zweite stufe danke fremde so du musst natürlich beschützt werden wollen dich ja nicht verlieren und runter vom himmel ist eine gute et hier ich hoffe ich habe den namen richtig ausgesprochen oh da ist was so beim kloppen einmal hier den durchgang versperren und ihr natürlich geleitschutz geben das können wir auch besser so protektion beide sind geschützt da waren so viele die du hättest angreifen können warum nimmst du nicht die mit der lanze die intelligente k.i. gibt es hier nicht so die schieße ich einfach mal weg das ist bisher keiner wirklich verletzt ne ich will den stab jetzt auch nicht zu sehr aufbauen der hat ja nur eine begrenzte anzahl so da stelle ich mich hin sie schützt gerade gut die leute 0 schaden was bist du denn für ein lahmer schwertcamper daneben easy oh der feldherd geht langsam in den kampf der hat ne axt ne und hinter ihm wartet schon jemand mit nem bogen an den keiner von meinen leuten rankommt das war gut trainiert ne die stelle können wir besser besitzen so in dein gericht doch wir werden dahin kommen schade der bonus zieht er zieht nur auf nahkampfangriffe dachte ich könnte es ausnutzen ja protektion ach so haben nicht volle hp ok naja ich will kassieren nächste runde nur neun schaden kann ich mit leben oder gar keinen weil er nicht treffen kann so den typen würde ich aber gerne selbstständig ausschalten naja die lady so du und ich mein schwert und du wir haben ein dreier date ja so sieht es doch aus du hast ne gute abwehr du hast ne gute abwehr ne ich bin ein gott wer die ganze zeit bürm gott genannt das wäre easy durch wie wir das unsere die The rest of your forces have all been defeated So surrender now If you refuse I will stop you But how? Do I detect a hint of fear? Of course I do Time to die Look out! Now Why don't you hand the rings over to me? Leave here at once! What? What? No! Here, Queen Lamera! I'll fix you up! What's the matter? My staff isn't helping her She's hurt really bad And It's her divine dragon powers You're almost totally wiped out A divine dragon Losing their power It's the same as losing years of their life The thing is There's no reason Queen Lamera should be dreamed like this It doesn't make any sense It's simple, my young one I gave my power I gave my power To you But why? All the years you were sleeping Healing I was transferring My divine dragon powers to you I hoped it would Be enough to bring you back to me someday But now It would seem that I'm Completely spent Oh no This is my fault I did this No, my dear You have to push those thoughts away There is nothing a mother wouldn't do To see life return again To her beloved child But I This ring It belongs to you now The ring of the Holy Night I had so hoped to give you the ring I made as well But that's not possible now Listen to me, child Those who invaded here I sensed the power of the fell dragon within them You must not allow them To capture any more of their rings Please I beg of you Gather together all twelve rings And when your scattered memories return to you You must fight on With the utmost Divinity I believe in you, my child I understand I'll collect the rings I swear to you And I'll fight I'll do whatever you want But please Don't leave me Mother Young one How I've longed to hear you call me that All of those years I held out hope My heart is fuller than you could ever know It can't end like this You were going to give me that ring once my memories came back You promised And there There are so many things you haven't told me yet You said that we would talk I did There's still so much I wanted to say to you Being your mother Becoming your mother Has brought so much happiness into my life I know And I'm happy to be your child In this moment here and now And a thousand years ago I am Don't go Stay with me until I remember again Please, mother I need more time Oh, my sweet one Now Let's make a promise Mother and child We'll make it a pinky promise I swear to you I'll be with you always And forever And the ring Remember Once you've rested We will talk You And I Mother No, please This simply cannot have happened Queen Lumera The Divine Dragon Queen She has left us Mother Please wake up You promised you'd stay By my side You have to You have to keep your promise Thank you For helping with my mother's funeral It was The final service We could provide Queen Lumera As stewards See, das war jetzt mega traurig Sollen schon sagen I can't believe she's gone Wir werden uns irgendwas mit der Vermute unterhalten können Think how hard this must be on the Divine Dragon We gotta hold it together I'm trying But What? Oh, Lumera Lumera I never thought our paths would diverge so soon Nor I And to leave a child behind I did that in death A bitter memory Hey, you know that's not possible without the other emblems here Yes, 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 I know This is awful Sorry, I couldn't have done Something Hey, du hast schon gut genug geholfen Prince Alfred Without you Our losses may have been even greater Though I must ask Why did you come? Was there something you needed? Our kingdom is in danger My mother sent me to ask Queen Lumera for help All over Pyrenee Our people are being attacked by these These Creatures Creatures? Wahrscheinlich dieselben Die uns angegriffen haben These things are like People, but Cracked Almost crumbling The corrupted Oh, so that's what you call them Yes Korpses brought back to life We tun denen ja eigentlich eine Worte, wenn wir sie sich zurückschicken, ne? Also die verzerrten We send our knights out to hold them off, but it's a losing battle My kingdom is being destroyed Divine One Will you help us? Please Come with me to Pyrenee Me? Lässt sich einrichten What can I do? It was my mother's help you wanted, not mine Queen Lumera is gone You're the last divine dragon We need the power of the rings to save Pyrenee And only you can do that Huh Sorry, I don't mean to press the topic I'll return to Pyrenee, we'll do what we can I'm coming with you You will? I don't want more families to be torn apart More people to suffer Even if I'm scared, I have to push through my fear Now that my mother is gone It's my duty to step into the role of divine dragon And if each kingdom is protecting rings I take it, Pyrenee has one, correct? Deswegen werden die wahrscheinlich auch angegriffen That's right Then I need to go there anyway to honor my mother's request She asked me to gather all of the rings and bring peace back to Elios As the divine dragon I officially accept the kingdom of Pyrenees request for aid That's great to hear Thank you, Divine One Selbstverständlich Das sagt man nicht I appreciate that Actually, I can't remember anything from before I fell asleep Nothing? Nothing This world is new to me I appreciate having friends who can teach me about it I'll do my best Can't say I'll know much compared to Queen Lamera, but I'll try Thank you, Alfred Mein Hürden ist leer Es will gefüllt werden Ja, Unterstützungspunkte Das ist sehr gut, dass die Davon profitieren, nebeneinander zu kämpfen Für da liegt was Fragmente des Bandes Ich weiß nicht, was ich damit tun soll Das werden wir noch herausfinden Noch ein paar Eisenbachen Wir können später Wahrscheinlich irgendwie schmieden Du kannst nichts dafür Nein Danke Danke, dass ihr mich alle trösten wollt Wahrscheinlich noch mehr Gucken, ob hier noch irgendwas rumfliegt Nein, dann können wir ja weiter Eine Operationsbasis Das ist Ein bisschen aus dem Weg, nicht wahr? Ich kann nicht vorstellen, wie wir alle da sind Und zurück Als Divine Dragon, kannst du da gehen, egal wo du bist in der Welt Ich kann Ich kann Das stimmt Insofern Man kann nur in die Somniel mit der Divine Dragon Wundern Geht Und Was Das ist der Sicherheit Also Ja Wir nutzen sie als unsere Basis Aber bevor wir Bevor wir Machen wir Wann Wir sind Wir werden ein Mal Ich würde Ich würde sagen gut Natürlich Abonnieren Wie Du hast Hast Du Und dann setze ich mich da hin. Das klingt doch gut. Der Kristall sieht sehr interessant aus. Das klingt doch gut. Okay. 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 Ich würde sagen, das gucken wir uns aber alles beim nächsten Mal an. Guck mal. Hier sind die so oldschool mäßig da unten in der Ecke. Sehr schön. Wie gesagt, wir gucken uns das beim nächsten Mal an, weil das ist ja schon ein großes Gebiet und die Folge geht schon lange durch. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.